Hey! Na, dann geh mal auf! Some people live in their life in bottles When they have the golden flashbacks Don't take a day in Chicago Some people will like the way it feels Some people wanna kill their sorrows Dum 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 Willkommen hier zurück bei Warcraft Vaches Bei Garden Eden Weil ich möchte doch dieses Katapult oder was es ist haben Ja, wie gesagt willkommen zurück und mal gucken gegen wen wir heute antreten Vergeat die Vaniones Geil Wicke Boops Oh Wicke Frau Frau Fem Wicke 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 Das war's für heute. was soll denn das dieses game macht mich nur verrückt jetzt lasst ihn noch richtig durchdrehen ich brauche hier wie kann man das hier freischalten wir nehmen uns dann standardball jetzt kommen wir uns erst mal die map an auch ist wieder viel mit springen oh mein gott ist es viel mit springen wo soll man hier um am besten uns abwehr hinstellen wir brauchen ja relativ gut platz ich mach mal hier unten wir machen hier unten und zur abwehr hin 3.000 mal platz okay okay das sind tippe wegen ist ein bisschen nervig aber also nicht grad das beste was man sich wünschen könnte aber schon in ordnung sondern machen wir hier noch schöne tnt fässer hin okay und dann müsste man eigentlich beginnen können man sieht leider nicht wie weit sein ball ist das nervt das ist schade das wäre auch noch ziemlich geil wenn man das sehen könnte ich glaube dass wir trotzdem gleichzeitig losfahren dass wir ihn gleich z drücken egal wie die die ball immer rausschlagen oh okay man einfach dafür auch jetzt noch und ja man kriegt noch punkte gar nicht mal so wenig woher alter wieder sich gedreht hat krank ich glaube hier gibt es auch wieder so drei millionen wege wo man lang gehen könnte na jedenfalls ein abwehr geschwächt das ist das was ich möchte ist aber meine abwehr eigentlich schon durch ne oder mein abwehr ist ja relativ weit unten alter wie groß ist denn wie mehr bitte noch der ist der ist der ist aber im ziel der hä okay fuck alter bin ich denn bitte schlecht alle sind wohl gar nicht mal so simpel so wo ist eigentlich jetzt meine abwehr hin abwehr wo ist meine abwehr hin hier hier lassen jetzt die alter wo ist okay die haben schon mal ein bisschen mehr ist aber auch zu zweit das müssen wir noch überlegen noch zu zweit viel schaden macht zwar nicht aber man muss überlegen aber das war ein move man muss überlegen am anfang wusste ich nicht wo lang weiß ich zwar jetzt auch immer noch nie so richtig wo ich hier lang muss aber das war weit das sind die sind durch bei mir schon die sind schon bei mir durch wie das ja die sind durch wenn ich dann vielleicht hier haben noch unfair geht es ja langsam Alter vor allem wir haben es gerade Mittagsruhe, ich glaube meine Nachbarn denken sich auch so, Alter kann er nicht mal seine Schnauze halten 151 Schaden so falls sie hier durchkommen die dürfen nicht weit kommen so und jetzt kann man noch ein bisschen so Schaden machen Alter jetzt wird er hier drüben spawnen oder was er ist durch, er ist durch, er ist durch, er ist durch oder eigentlich die sind durch nein komm 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 komm, oh nein das war meine letzte Abwehr das war meine fucking letzte Abwehr ja und die kommen locker durch die kommen locker durch die kommen locker durch schein leister da oder auch nicht aber ich werde auch nicht durchkommen ich versuche ein ich habe schon wieder viel zu viel Schaden vielleicht habe ich einfach auf die falschen Sachen ausgewählt vielleicht wäre ich mit einer Bank besser gekommen oh shit shit, 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 shit oh, das kann ich mir nicht mehr leisten scheinend leister ja komm, zerstört ihn, zerstört ihn ich weiß nicht mit was ich besser komme ob ich hier jetzt versuche sie zu zerstören ich glaube damit komme ich viel viel besser nein, 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 nein nein vor allem wie die Typen aussehen nein, das sieht ich bin in 10 nee, wir nehmen die Banken nicht mit wir nehmen lieber die Türme mit ich bin mir echt nicht sicher ob ich Banken gesehen habe so 1, 2, 3, 4, 5 und die 6 dann brauchen wir hier ein paar Küchen zum aufhalten das war's so, und hier ist ja doch eine Bank fällt mir gerade also auf ich fahr gleich los also ihr seht wie lange ich gebraucht habe um zu merken dass da eine Bank ist geil, oder? also die müssen wir hier unten und dann ringsherum mit Türmen versuchen zu schützen das ist immer natürlich wenn das Handy blinkt obwohl man die Nachricht schon gesehen hat das war zu früh gesprungen, das war viel zu früh gesprungen schade aber ich muss erfahren wie man eigentlich ähm Dings hier macht ähm die Slots erweitern oder ob das sie durch die Art Paketen kommt die man dann so aufmacht dass dann irgendwann mal drin ist so ja, ein Slot erweitert oder so tut mir leid, das wollte ich überhaupt nicht okay, wir sind diesmal dichter hintereinander als vorher und Schaden haben wir gleich eigentlich gemacht ich hoffe mal das reicht aus so und wir machen wir machen los 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 eigentlich können die glaube ich schon los machen oder die haben einen schweren Ball ne, die haben einen normalen Ball dann weiß ich nicht warum die so lange jetzt gebraucht haben oder das Spiel macht schon so einen nein die haben doch einen anderen Ball die haben mit der Krone drauf das bedeutet die können hier äh Doppelsprung machen und der ist halt meine Abwehr ich hasse diesen Sprung man ja go 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 maximale und volle Starge nice komm einen Schlag noch einen Schlag noch oh fuck schade sonst hab ich ihn ganz zerstört das wär ziemlich geil gewesen das wird ja sicherlich die letzte Runde sein dann machen wir es ganz einfach so oh es geht los es geht los fuck 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 da schreibt man eine Sekunde in meine Nachricht und paintings tipptup 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 oh jejjejjejjejjejjejjejjejjejjejjejjjejjejjej ok das war ein değildes ich bin elektrisierend das ist doch faszinierend kurz noch die nachricht weggeschickt die ich gerade angefangen habe zu schreiben ganz knapp hätte eins bei der vorne gesetzten wäre es besser gewesen alter spiel ich habe trotzdem ich denke schon dass ich locker gewonnen habe ich sag mal kann der ding gebahrt sich frei bewegen das war knapp vorbei ist da meine abwehrschirm vorbei ja komm nein fast gewonnen naja ich würde sagen den sie gab ich locker drinnen aber nur zur sicherheit mal alles für die sicherheit wenn es auch geiles jedes mal teurer wird es könnte zwar extrem nervig sein aber ich finde es trotzdem geil also von den grund dass man nicht immer den gleichen preis bezahlt so ungefähr kommen wir hier noch mal ein bisschen kuhl wie sie es alle aus der erde spießen sind zwar im garten liegen aber trotzdem irgendwie habe ich das gefühl ich muss überall jetzt zwei runden machen nicht nur dass ich jetzt in letzter zeit bei junio irgendwie zwei runden immer gebraucht habe sondern hier auch schön gerettet das war knapp das war fucking knapp nein mit dem enger hätte es geklappt mit dem enger hätte es hundertprozentig geklappt diese mauern sind eigentlich richtig nice jetzt kommt dann meine abwehr ich möchte eigentlich noch gucken wie er bei meiner abwehr so versagt warum ist das hier alles pink da kommt er jetzt an meine abwehr die musik passt aber auch dazu da ist durch alter schwirr gut jetzt wollen wir mal gucken ich habe doch jetzt irgendwas hier freigeschalten was es ist ballistik geil das ist das ding was wir da und in die fresse bekommen gut ich würde mal sagen wir sehen uns nächstes mal wieder bei machen wir holland wir machen holland bis zum nächsten mal in holland tschau tschau bis zum nächsten mal g bei com